Grüezi liebe Leute, back to an Project 8, auf ganz gemütlich, ich muss sagen, das war ein Sturz, bin ich hingeflogen, das war ganz geschissen jetzt, das alles aufzunehmen, alles hinstellen, mit dem Monitor, weil der Fernseher jetzt da über dem Monitor steht, das Handy hat auch irgendwas, ich weiß, habe ich mit so einem VGA zu HDMI Adapter gemacht, weil den brauche ich ein wenig einen Sound, dann hat der auch gespielt, die Blässe ist auf jeden Fall nicht, wir haben gerade ein bisschen einen Input-Lag, wollte ich nicht sagen, trotz Monitor, aber das liegt ja dann an einem Adapter und irgendwas, wir haben einen zerstörten Spielstand, das ist natürlich super und das Bild ist auch verzerrt, da kann ich nichts dagegen machen, Career, New Career, geil, oder? Weltklasse. Machen wir wieder den Polen. Ja, das ist ja Wahnsinn, jetzt haben wir die Sommersucht, ich glaube ich habe drei Spüle, ich habe da nicht getan. ... mit Tony Hawk, so, was bringt dich hier heute? Ich kam zu Hause, weil die Worte auf der Straße ist, dass dieses Ort mit einer unbeschafften Skate-Talent. Ich sammere eine unglaubliche neue Skate-Team. Die besten 8 Skaters, die ausüben, 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 ausüben werden, wird der Glückwunsch für euch, der in meinem neuen Venture, Projekt 8. Oh, Schleicher. Projekt 8, irgendwann erreichen wir die 8 Spielstände, dass wir 8 zusammen haben. Jetzt müssen wir sie mir da wieder frei kratzeln. Wer ist dieser? Oh, ich mach das schon wieder nicht hier. Ich kriege das schon wieder wieder nicht hier. Ich hab das sicher schon wieder nicht hier. Das ist ich zu meiner Auffang, falls ihr das Spiel nur von mir kennt. Äh, ja. Haben wir einen kleinen Pack austestet. Ja, herrlich, oder? Nicht der Ernste, das bitt man in dem Haus drinnen. Fangt ja gut an. Ey, wöölt man. Nicht. Das ist nicht wahr jetzt, ne? Ah. Das kriegen wir schon wieder nicht hin. Nein, ich hasse es, ne? Heute wäre ich richtig ein paar Absacken. Irgendwie geht ja nicht unten ein paar aus. Machen wir, da schauen wir, hinten ist wieder unser Beach. Nein, das ist einmal Sacki. Hä? Hä? 45 Double. 45 Double Flip? Scheiße, ich bin ja doch viel schlechter als der Maser. Ja. Ja. Gut, das ist, weil ich zu blöd bin. Ja, krank ist einfach behindert. Wenn ihr mich fragt. Auf das zum Gehen ist einfach idiotisch. Wir müssen die Challenge machen, glaub ich, ne? Ich bin heute ein paar genervt jetzt. Hey, weil das jetzt, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, hat das alles ein Ding. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Einen zweiten PC, weil mein alten noch mit dem FX und der 670er GTX. 16 Gig-Ram, ja. Langert noch für, äh, viel zu ziemlich alles. Da muss man sich halt einstellen drauf. Das ist ja nicht mehr ganz performant. Klar, der Scheitz da drin ist alles von 2012. Toll. Hingeflogen? Nein. Und da werden wir echt ein Capture-Karten vielleicht machen. Ich weiß, ich sag's eh immer. Hört's mir richtig auch nicht in die Gosche. Ich sag das eh 20.000 Malen kaufen und ich auch nicht. Aber es muss sein. Ich sag's auch. Schon langsam. Ich gebe halt das letzte Fressgeld raus für ein Capture-Karten. Nein, das werde ich nicht brauchen. Aber... Ich hab mir ein Kumpel aushelfen müssen, weil ich mir eine Grafikkarte gekauft hab. Mit dem letzten Geld. Ich Idiot. Da bin ich schwach geworden. Eine 89 hab ich mir gekauft. Falls ihr es nicht gewusst habt. Die KTI, die war 300 plus oder was. Äh... 300 irgendwas war die. Und die, die, was ich gekauft hab, ist so eine Palette Jetstream. Von um 130 hab ich gezahlt. Jetzt übersprich mal Money zum Du brauchst ein paar? Na ja, wie viel mehr da? Ach so. So ein Nostraperl. Nasengriff. Ah, safe. Es geht mir einfach so um. Das machen wir mal ein bisschen. Machen wir das, was der Maser so gehasst hat. Ich würde nicht springen heute. Ich würde nicht springen. Das war richtig. Ah ja, das war 3.000. Das war ja okay. Das war ja. Ich würde jetzt sagen, es schaut mir noch ein bisschen beim Skaten zu in den Park. Und dann wäre es auch los. Dann wäre ich wieder ein bisschen so spielen und dann wäre ich wieder zuschauen lassen, wann viel kommen ist. Wann viel passiert ist, sagen wir so. wenn ich schon ein bisschen weiter bin. Wie letztes Mal ungefähr. Weil ich spüle es nicht einmal gerade kurz, muss ich sagen. Nein, ich habe so viele technische Probleme heute, bewege ich jetzt. Ein Witz. Auch hier legt, spüle, hängt, legt. Playstation verregt. Nein, das ist nicht. So weit kommt es nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich muss sagen, by the way, ich habe schon wieder gesoffen. Ich safe fast jeden Tag wieder. Dass ihr kurz wisst, wie es mir geht. Nein, es geht. Ich glaube, ich wäre eh krank. Das ist in der... Gut, Quarantäne ist ja schon nicht mehr. Aber gerade in der Viruszeit ein bisschen geschissen, wenn ich jetzt krank bin. Aber gut, heute war es eiskalt. Und ich bin wieder nur mit dem Bulli draußen gewesen. Ist auch wieder geschissen. Was nur mit dem Bulli. Kalt ist es mir auch jetzt noch. Es ist mir eiskalt. Vorher war mir Pering heiß. Jetzt ist mir eiskalt. Vergen. Wie immer. Es ist mir echt. Wie lange ist es noch. Mas nicht ohne Corona. Ich kann es nicht immer mehr passieren. Das wird schön. Ich kann es nicht nur mit dem Corona bleiben. Ich kann es nicht. Ich kann es jetzt nicht mehr passieren. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Oh! Schauen wir mal, wie viel wir schaffen. 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 Schauen wir mal. Da kann man spoten. Dann machen wir die Challenge. Boah, heulahe! Geh bitte! Den Fokus haben sie glaube ich nur eingebaut, weil man das einfach nicht mehr so lange halten kann, um das zu kompensieren für den geschissenen Formen. Fokus! Don't foco me! Deshalb bin ich jetzt auch glaube ich hingefallen. Oh man ey! Ah, da fiegt's euch! Ich krieg das gerade nicht hin, irgendwie ist mir heute auch nicht so ganz zum Zocken. Eher so zum rumfahren, muss ich sagen, habe ich gerade gemerkt. Weil da muss ich nicht perfekt sein. Oder mich an irgendwas halten. Deppert reden und schlecht spielen kann ich gut. Das glaube ich, das kann ich noch. Oh! 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 Nr Nr Nr. Naja, ich werde es einmal wieder beenden. Muss ich sagen, ja, wo heute einmal, wie es anders bei mir auch sein kann. Arsch, argerlich, g'schießen, kein Spielstand. Ich glaube, die SSD, die gibt bald wieder drauf in der Place. Es ist so eine Crucial BX500. Sie sind ja nicht dafür bekannt, dass sie gut sind. Aber ja, da sag ich einmal, was ist es für heute? Und ich sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es das nicht eh das letzte Mal war, wo ich das mache. Zumindest bei dem Spiel. Weil es ist mir auch zu oft, wenn sie da jedes Mal dort hinspielen, wo ich war. Wegen einem Part, das lohnt sich einfach nicht. Na gut, ich sag einmal, ich bin euch ein Jonas Scheibsel. Ja, und Baba.